Hör, da unten hätt's. Gegner beim Meer! Kontakt mit Ziel! In dem Haus drin. Gegner hinter uns, Bob... äh... Dings. Bobi. Bobi. Bobi, halt. Hinter mir auch noch. Jungs, sie sind grad für den Film. Oh. Der Anti-Handry. Verdammt gut. Der ist schon Rachts hinter dem Haus geschwunden. Hey, der hat dringend so teleportiert, Alter. Ich kann... Ich kann nochmal rein gehen, oder? Hä? Ist nicht neben dir rein? Doch, Rachts ist irgendwo ein. Doch, da ist's! Der ist über mir! Hör! Hör! Links wieder! Nice. Du bist der Pipa... Du bist gefährlich. Ich kann ihn. Ich kann... Komm! Du nicht seine Sachen lauten! Ich kann auch seine Sachen holen. Tut mir leid. Ich habe eine blaue Bucksagee gesehen. Ah, es ist dort hinten, Mann! Hey, es ist doch auf der Karte. Jo, aber weisst du, mein Mann bewegt sich komisch. Gerade kann ich gerade gehen. Die Höhe gehen da zusammen. Nein. Close. Alter, komm vorne! Das ist weak! Ja, kann, kann, kann. Alle, wo hinter mir? Karte! Oh, das ist nochmal ein, nochmal ein! Ah! Ich muss mit Kampfs ein bisschen leben, Gellin. Du kannst mich gerade am holen. Du hast dagegen. Hier oben drauf. Ah, ist hier! Wir sind noch mehr, noch mehr hinter uns! Boah, der f***t mich leer. Ich lade meine Schilder auf! Gell, aus! 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 Der belebt sich wieder, der Andri. Der hat jetzt eine goldige Nocte anstellt. Schilder hat noch nicht gehört. Aber dann wird etwas zurückgefallen. Der rechts kommt... Der rechts kommt! Der goldige Nocte anstellt. Schild, pass auf! Wo ist er? Hinter... Im... Im Gyni-Schein, hinter dem Auto. Er... Er... Er rennt weg, er rennt weg! Alter! Ich sterbe langsam. Wo ist er? Das ist der letzte. Ich hole den jetzt einfach. Oh, merci. Oh, du den Drop. Achtung, über uns? Nein, neben uns. Da ist neben uns. Alle Jungs. Achtung, Zone. Lade Schilder auf. Jetzt bin ich Killmaster. Ja, sie kommt schon. Yes, es geht ja. Ich muss kurz vorbeigern. Elf ist das. Ja, was ist der. Eure. Eure! Stattte nach! Eure Stattte nach! Die haben mich gerade gesehen. Ja, sie haben es gesehen. Jetzt sind wir angefangen. Soll ich ein Portal machen? Warte, warte. Schau mal, was die nächste Zone ist. Okay, das ist scheisse. Die kommen, einer kommt. Ich werfe einen Stern. Granate. Einer ist close. Ich werde beschossen. Ich bin dumm oder dumm? Komm noch mal ein. Alter. Ich glaube, ich f*** dich. Mach schnell das Teil. Einer hat das. Ich habe einen Gegner erledigt. Damit, du. Let's check up, die Dings. Du brauch einen Moment zur Heilung. Jawohl. Jawohl. Ihr seid die Apex Champions. Ja. Boah, Philipp, 7 Kills. Uuuuch. F***. 39 minus 23. 10. Chill. Okay, 20 Schaden mehr. Weisst du nicht mehr den 3 oder so? Ah ja, Pi. Das ist schon 3,1 irgendwas. Ah ja, ich nehme 10. Nein. Nein, das ist nicht so. Ich habe den 3 genommen. Nein.